Ich glaube, dass wir als Verein immer sehr deutlich sein wollen mit den Spielern selbst. Das heißt, wir machen das in unserer Familie, kann ich das so sagen, aber außerhalb brauche ich nichts dazu zu sagen. Und ja, sonst für Thomas, das war für ihn wichtig natürlich, so ein Spiel ist auch für ihn, also wenn ich sage, das sind diese Spiele, wo wir schon, wir haben sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, damit wir heute auch mental hundertprozentig zu diesem Spiel kommen könnten. Aber du brauchst manchmal Spiele auf dem Platz, die auch dieses Gefühl weitertragen. Und jemand wie Thomas, der spielt wie Champions League Finale in seinem Kopf, meine ich. Und das ist wichtig, sonst habe ich es schon einige Male gesehen in meiner Karriere, wo es einfach falsch schief laufen kann. Und wie gesagt, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo heute nicht alles immer, wie gesagt, die haben ein paar Sachen, die haben ein paar Dinge geändert in der zweiten Halbzeit. Wie der Trainer gesagt hat, Thomas, die haben mutigen Druck gemacht. Und das war so von dieser Sache, wo ich denke, ich habe schon miterlebt, dass es manchmal nicht gut läuft. Und bei uns haben wir die Kontrolle, die Diszipline, die Motivation gehalten im Spiel. Und Thomas hat natürlich eine Rolle gespielt darin.